Teaser Birgit könnte auf ihrer Laufbahn als zuverlässige Verwaltungsangestellte zurückblicken. Stattdessen blickt sie untätig auf ihren Bildschirmschoner. In Hochstimmung versucht die neue Chefin, sie zu ihren Aufgaben zu bewegen. Ohne Birgits Kompetenzen wäre sie aufgeschmissen. Aber ungeachtet ihrer Verpflichtungen beginnt Birgit damit, ihre Sachen zu packen. Max Beitinger Birgit Wir hätten eben alle mal einen schlechten Tag, sagt die neue Chefin. Wo alles daneben geht, sagt sie. Und man am liebsten wieder zurück ins Bett möchte und spricht weiter. Bis ein durchdringender Pfeifton plötzlich einsetzt, unangekündigt, aber vertraut und langsam abklingt. Dann ist es still in Birgits Büro. Sie blickt auf den Monitor. Dort ist eine Büroklammer. Die sagt, es mache den Anschein, als ob Birgit eine Tabelle anfertigen wolle und bietet ihre Hilfe an. Aber die hat Birgit nicht nötig. Und sie hatte auch nicht vor, Tabellen anzufertigen. Birgit sieht der Klammer in die Augen. Die Klammer blinzelt. Dann schaltet sich der Bildschirmschoner ein. Eigentlich ein sehr schöner Tag, findet die neue Chefin. An solchen Tagen habe sie damals immer den Frühsport geleitet. In Lüneburg, denkt Birgit. In Lüneburg, sagt die neue Chefin. Die Zahlen bräuchte sie dann noch heute auf ihrem Tisch. Nachmittag wäre fein. Gell? Acht Volumenprozent geht eigentlich noch, denkt Birgit. Die neue Chefin freut sich. Auf ihre Mitarbeiter sei Verlass mit Schraubverschluss. Morgen sei schließlich jour fix. Dieses Wort hört Birgit zum ersten Mal und sagt, gut, dann wisse sie Bescheid. Wirklich schön, sagt die neue Chefin. Also, der Morgen jetzt. Die neue sagt, in Lüneburg hätten sie oft stundenlang an einem Projekt gesessen und gar nicht gemerkt, dass sie Hunger hatten. Birgit packt den Lambrusco in ihre Handtasche. Dazu die Ansichtskarten der Außendienstler. Den Kaktus und das Geschenk der Firma zu ihrer 25-jährigen Mitarbeit. Ohne die Flasche zu beschädigen, sich am Kaktus zu stechen oder die Karten zu ruinieren. Nur die Firmenchronik passt nicht mehr in Birgits Tasche hinein. Eine Sammlerausgabe in Leinen mit Prägung. Die Gründerväter sind auf Bilderdruckpapier eingeklebt. Raffiniert gebundener Buchblock, sauber eingehängt. Das sehe man heute nur noch selten, sagt die neue Chefin. Obacht! Die CD-ROM! Im Hof steht ein hydraulisch betriebener Altpapiercontainer. Darin werden Kartonagen und Kataloge auf Knopfdruck zu Abfall gestampft. Die Chronik sei in einem einwandfreien Zustand. Dafür kriege man bestimmt noch 10 Mark, sagt die neue Chefin. Birgit sagt, sie habe damals 40 bezahlt. Während die neue Chefin nach ihrem Filzportemonnaie sucht, lässt Birgit einen Locher in der Handtasche verschwinden. Birgit hat eine klare Vorstellung von der Arbeit an den Zahlen. Die neue Chefin hat das nicht. Aber Birgit hat schon Mitarbeiter eingewiesen, als die neue in Lüneburg noch hungrig den Frühsport leiten musste, denkt Birgit. Sie könnte der neuen Chefin zeigen, worauf es ankommt. Bei der Telefonanlage, den Kurzwahlen, Spitznamen der Kollegen, Eingabe der Daten, Druckaufträgen, Papierzufuhr, Wechsel der Tonerkartusche, Stapel sortieren, Flecken frei arbeiten und dann mit dem Locher hier dieser erstaunlich robuste, aus Stahlblech gefertigte, pulverbeschichtete Locher, den sie vor Inbetriebnahme noch mal ausleert, sich bückt, um das Kunststoff-Konfetti auszusortieren, wobei sie ihren vollen Bauch einklemmt, ein bisschen Pizzabrei in den Mund erbricht und sich das erste Mal an dem Ergometer festhalten muss, den die neue in ihrem Büro aufgestellt hat. Stopp! Sagt die neue Chefin und stellt sich in die Tür. Break! Sie möchte Klartext sprechen, als Birgits Vorgesetzte, sowie als ihre Freundin. Möglich, dass sie sich in Birgit getäuscht habe, aber sie möchte ihr die Zeit geben, die sie braucht. Zeit für sich, vielleicht ein Tässchen Tee? Die meisten Menschen seien eben Nachdenker statt Vordenker, sagt die neue Chefin und präsentiert Birgit den Kontakt eines namhaften Business-Coachs. Birgit blickt gerade aus. Sie muss an einen Vorfall in der Logistikabteilung denken. Dort hatte sie ein Handgemenge zwischen zwei Lageristen mit angesehen. Der eine hat den anderen mit einem Trick ganz leicht zu Boden geworfen. Den Trick hat Birgit vergessen. Sie schließt die Augen und macht einen Schritt nach vorn. Last Chance! ruft die neue Chefin auf dem Flur. So bedauerlich! Und das mit dem Locher! Birgit bewege sich da auf ganz dünnem Eis. Ganz dünnem Eis! Das sei mit Holger von der Buchhaltung geklärt, sagt Birgit. Aber auch von Holger hat die neue nur eine vage Vorstellung. Dann schließen sich die Fahrstuhltüren. Die Fahrstuhltüren die Fahrstuhl hat an O hatte